Auf dem ersten Platz, und jetzt muss ich eines ganz schnell sagen, es haben viele Zuschauer gesagt, sie haben das letzte Mal gesagt, es sind drei Damen und ein Herr bei der Gruppe Pony. Das ist richtig, denn es ist ein Junge und der heißt? Achim. Achim. Er legt Wert auf Achim. Ich habe Achim gesagt, da war er schlucksauer. Warum eigentlich? Nö, ich war eigentlich gar nicht sauer. Du warst eigentlich gar nicht sauer, nicht? Gut, und du heißt? Anke. Und du heißt? Eva. Und du heißt? Silke. Prima, jetzt wissen Sie, wie sie alle heißen. Und dazu kommt natürlich der Manuel zusammen, Manuel und Pony. Ihre Nummer eins, Manuel und Pony. Und das Lied von Manuel. Das Lied von Manuel. Maria Dolores Wir kennen deine Stimme, wir kennen dein Gesicht, Manuel. Aber mögen, mögen wir dich nicht. Das Lied von Manuel. Manuel. Maria Dolores Da ist der Junge aus Kastilien und der wohnt im Neubaublock mit seinen Eltern. Wir kennen deine Stimme, wir kennen dein Gesicht, Manuel. Aber mögen, mögen wir dich nicht. Das Lied von Manuel. Maria Dolores Da ist die kleine Hannelore, die ist krank. Und Manuel geht zu den Eltern. Was mag er da uns sagen? Wir haben ihn gefragt. Manuel. Ganz was Schönes hat er da gesagt. Da gibt es einen, und er kann dich heilen. Der Weg zu ihm ist weit, nach Amerika. Da braucht ihr Geld, drum werd ich für euch singen. Ich gebe ein Konzert für sie allein. Maria Dolores Wir hören deine Stimme, wir hören deine Stimme, wie lieber als bisher. Manuel. Nun mögen, mögen wir dich sehr. Manuel. So hat der Junge aus Kastilien all das Geld, für Handelohres Herz gegeben. Wir hören deine Stimme, noch öfter als bisher. Manuel. Nun mögen, mögen wir dich sehr. Nun mögen, mögen wir dich sehr. Nun mögen, mögen wir dich sehr. Das Lied von Manuel. Maria Dolores Ah. Vielen Dank.